Schön. Kann ich die mitnehmen? Ja. Kannst du die umprogrammieren wieder bitte? Oh ne, die sind kurz vorm Explorieren. Aua. Ach, wir sind in dem Zug? Chillig abhängen ist hier nicht, ne? In der falschen Zeit am falschen Ort ist. Ich hoffe, du weißt nicht mehr, wer du warst. Okay. Mal sehen, wo dieser Zug hinfährt. Mit etwas Glück sind wir raus aus der Stadt, bevor es zu spät ist. Gott sei Dank müssen wir nicht laufen. Ja, das... Weiter Weg. Ich glaube, wir sind entgleist. Okay, wir sind alle aufgewacht irgendwie. Ja. Wo bist du denn? Warum die müssen? Weg damit! Los doch! Komm her schon! Hey! Warte jetzt! Alex! Raus! Soll ich wieder vorn? Ja, okay. Fang dich! Aber die Orientierung ist wirklich ein bisschen schwierig. Wenn so Anhaltspunkte fehlen. Wenn so Anhaltspunkte fehlen. Na, wisst ihr? So von, das ist eine Tür, das ist ein Fenster. Einmal links, einmal rechts rum. Ich muss erstmal Luft holen. Ich muss erstmal Luft holen. Okay. Das ist wohl doch nicht so einfach. Wir sitzen jetzt im selben Boot wie die anderen Flüchtlinge. Wir müssen zu Fuß zu einem Bahnhof. Gehen wir nach oben. Jo. Dann mach mal wieder deine Tür-Hack-Künste bitte. Wirklich Chaos pur hier. Vorsicht! Das sind Türme. Ui! Wo ging das? Die ganze Zeit das Graviton benutzt, ne? Und jetzt... Da wieder mit dem Alten arbeiten. Das heißt, jetzt wieder Sachen anziehen und damit die anderen Gegner eliminieren. Das sind Mine. Das sind Mine. Moin. Alex, machst du das? Ja. Danke. Burn, Baby, burn. Das bleibt nirgendwo. Irgendwo hat einer vielleicht ne Pistole oder so liegen lassen. Ich hab Taschenlampe angemacht. Einfach in die... Einfach in die... Richtung gucken. Hast du die Pinnummer? Nein. Okay, ich auch. Mist. Ein Elektroschloss. Wie sollen wir das aufkriegen? Mal sehen, ob wir ne Powerbox finden. Ne Powerbox. Da finden wir. Nehmen wir die. Ich hab ne Powerbox. Okay, jetzt hab ich die Powerbox aber selber benutzt. Das war nicht so richtig, glaub ich. Ach doch, da. Guck. Das soll ja dein Spezialgebiet sein. Natürlich. Gut, dass ich den Text doch angemacht habe. Mit dem Gucken. So, nee. Da will ich nicht hin. Werde ich wahrscheinlich auch gar nicht hinkönnen. Aber dann gehen wir hier ran. Also gut, dass ich das mit dem Untertitel doch gemacht habe. Weil diese Info da sonst hätte ich dann nicht bekommen. Und das wirklich vom Sound her sehr nein. Aber passend zur Entfernung, ne? Wenn man sich halt ein bisschen weg bewegt. Okay, da war so ne Gesichtskrabbe. Oh, ich hab Munition gefunden. Ich hab irgendwas an Munition gefunden. Warte mal. Nicht doch bestimmt. Da, Waffen. Waffen, Waffen. Gib mir Waffeln. Oh, tschüss. Oh, tschüss. Ups. Der soll den nicht einfach wechseln? Oh, ne Scheiße. Soll die nicht sofort wechseln? Oh. Soll die nicht sofort wechseln? Noch eine. Aber jetzt haben wir nachher wieder das Problem mit zu vielen Waffen, dass wir wieder nicht schnell genug wechseln können. Ich seh mich schon nachher wieder fluchen. Ich seh mir das schon genau wieder an. Ah, nein. Jawoll. Okay, für mich ein bisschen besser. Wie gesagt, verschiedene Waffen ist schon ganz cool. Zum Beispiel. Welche von der Seite? Ja. Nicht schlecht. Und du hast eine Waffe gefunden. Eine? Mehrere. Mehrere? Ich bin jetzt voll ausgestattet. Leuchte weiter auf den Zombie. Mach ich. Ups. Und wie sagt man dann auch, dass es sich um Zombies handelt. Waren das denn Zombies? Ich lass die mal kämpfen erstmal im Augenblick, ne? Wir geben das mal so ein bisschen in Ladies Hand. So. Die kleinen Bugs. Ah, ich muss draufhalten, damit sie ein Ziel hat. Ah, so. Ja, ja. Wenn sie nix sieht, dann kann sie natürlich nirgendwo drauf schießen. Das Kombineschutzfeld muss ausgefallen sein. Wurde wohl über die Zitadelle gesteuert. Ja, ich hab leider nicht mehr die Möglichkeit, die anzuziehen. Und dann dementsprechend zu locken. Hier auf der anderen Seite wird's grisselig. Aber ich muss auch, glaube ich, hier nicht lang. Ähm. Gut. Das heißt, wir gehen hier weiter. Taschenlampe wieder aus für nen Moment. Leuchte weiter auf den Zombie. Nein. Ich muss ja auch mal die Batterien zwischendurch wechseln, ne? Da ist nix. Da ist... Warbank. Ich muss doch auf die andere Seite. Ja, ich glaube, ich war doch wieder mal richtig, ne? Standard. Oh, ne. Ach, ich komm hier rum, guck. Äh, Sekunde. Gleich, sobald wieder Energie da ist. So, hier. Guck. Ah, ich muss doch abwiesle mit schießen, ne? Wenn jetzt hier ein paar mehr Gegners kommen. Habe ich eigentlich meine schöne Brechstange schon? Nö. Die schicken mich ohne Brechstange ins Gefecht. Das ist ja wohl mehr als so. Kriegst du den auch zum laufenden Zug? Was denn? Hm. Ein Kombain-Zombie. Das ist quasi ein... ein... Zombein. Stimmt's? Zombein, verstehst du? Ja. War lustig. Mist. Achtung, er hat eine Granate! Ach, doch. Es macht da nix. Solange die Granate jetzt hier nichts Wichtiges kaputt gemacht hat, sollte das alles funzen. Okay, wir haben eine Schrotze, aber nur wenig Muni. Ach so, jetzt muss ich hier... Ne. Ich muss nicht. Ist das nicht deine Aufgabe, lieber Alex? Musst du jetzt nicht hier irgendwas machen? Hm. Also wie gesagt, das als Zug zu erkennen... Äh, äh. Ist nicht wirklich einfach. Oh, Alex, müsstest du den nicht irgendwie zum Laufen kriegen? Oder habe ich hier wieder einen... kleinen Tunnel übersehen? Hier noch? Nein. Das sieht mir hier noch aus. Also er ist auf jeden Fall kaputt, glaube ich, der... der... der Zug. Och. Ich lasse es. Echt, ich lasse es. Das ist... Ich sehe wieder den Wald vor lauter Beinen. Oh! Ja, das war... Falsch. Ich gebe es zu. Okay. Öh. Licht. Da. Öh. Direkt wieder an dem... Was? Also das mit der Lampe ist schon schwierig. Was? Immer die Lampe aktiv zu haben, ist echt schwierig. So mit Hilfsenergie und drauf achten und... Nicht so einfach und vor allen Dingen dann im Dunkeln auch noch die Orientierung zu behalten. Aua. Ach, fertig. Ja. Also da, okay. Juck. Was mitnehmen? Jo. Ich habe wieder einen Zombie gesehen. Da. Hier ein Krabbler, ja. Da. Boah, der ist richtig gruselig. Ich hoffe, wir kriegen aber nachher noch ein bisschen Tag. Weil immer nur damit wird ein bisschen Anruf. Okay. Jetzt mal leben. Ich muss nochmal eben gucken, wird... Was konnte ich damit jetzt alles anziehen? Okay, Sachen konnte ich damit anziehen. Und Holz konnte ich kaputt machen, ne? Gegner nicht. Also nicht sofort. Ich glaube nicht irgendwie was. Bin bei dir. Oh. Wieder warten. Wieder warten. Ich habe gerade überlegt, wo die drei Bubbles herkommen. Die drei Leuchte-Dinger. Das ist von meiner Waffe. Ah, ist kein weiterer. Das heißt, ich habe hier wieder was übersehen. Okay. Es ist abisch nisch. Warte mal. Alles kaputt gemacht. Ich jetzt die Tür auf. Das wäre echt super cool. Danke. Gut, dass ihr das auch auffällt. Was? Ja, ich muss sie wirklich das Schießen übernehmen lassen. Da geht kein Weg dran vorbei. So, von mir sind wir reingekommen. Ist nix. Ist nix. Also durch diese Tür müssen wir als nächstes. Warte mal. Ähm. Gucken wir mal, wo die Leitung hinführt. Die Leitung führt hier rein. Ja. Hilfe! Warte mal, nicht durch mich. Oh. Oh. Das war wieder auch, ne? Ich habe nicht... Keine... Also ich habe immer so nach einem Bubbel gewartet. Der anderen anzeigt. Drücken sie hier drauf. Das fehlt mir eben so ein bisschen. Das fehlt mir eben so ein bisschen, oder? Es wird mal ein bisschen allein gelassen. Ich muss ein bisschen mehr experimentieren dann. Aber gut, dann lass uns mal durchrennen. Jetzt ist die Tür auf. Komm. Wir lassen die Gegner Gegner sein. Ja. Ja. Das. Gut, brauchen wir noch mehr Licht? Nein, das brauchen wir nicht.